So, ich habe nicht viel Zeit. Ich bin auf Jagd nach einem gefährlichen Verbrecher. Vielleicht ein Foto zunächst? Und nun stelle ich mich den Fragen. Herr Kommissar, könnten Sie uns vielleicht eine kleine Teil aus Ihren Memoiren schon mal vortragen? Selbstverständlich. Ich habe noch einen einzigen Satz. Ich bin nicht als Zagebo Arden. Ich musste diesen Beruf erlernen. Herr Kommissar, ich höre nur jedes dritte Wort. Oh, das kann natürlich daran liegen, dass hier... ...diesem Zelt...schluck... ...dieselbe...also... ...mehr sehr... ...aber...ja... ...man...chen. Ha! 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 Null Null Schneider ist zurück. Endlich! Motherfucker! Yeah! Motherfucker! 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 Null Null Schneider im Wendekreis der Eidechse. Eidechse! Eidechse! Äh, kümmert sich niemand um den Koffer hier! Diese verdammten Verbrecher. Aber ohne sie wäre ich sicherlich arbeitslos. Und würde sicherlich schon Harz 9 oder sogar 10 bekommen. Demnächst im Kino. Oh, wie! Vielen Dank.